so hallo erstmal willkommen zu world war 2 warplanes battles of the pacific habe ich auch vor vorgestern das erste mal von gehört und jetzt schon draußen ich dachte eigentlich oder hatte befürchtet dass es erst morgen kommt aber ist doch schon draußen und der nachfolger von bw1 warplanes und das war sehr sehr gut und hier ist ziemlich viel wasser das heißt ja viel mehr world war two has reached the united states after the hard blow suffered at pearl hallo das ist die us navy rebuilt strength and moves into the offensive the empire of japan has woken a sleeping giant and it will now learn a grievous lesson battle has begun over the skies of the pacific commander welcome on the enterprise you are we are here follow the manual to your right move the throttle lever forward accelerate to 100 miles per hour and pull the stick über im ersten teil über 100 heben ja komisch aber egal ist keine simulation zwischen den zwischen den zwischen den nationen von next page sie war später ein und und sie war sie baut sie 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 er es sie es aber sie dies sie 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 duy Das war's für heute. Das Licht ist schön. Ich bin der Weg. Ich habe das Wasser geduld. Oh mein Gott. Es ist mir da gesetzt. Ich hab den Weg. Ich hab den Weg. Ich hab den Weg. Das ist für den Weg in hier. Das ist für den Weg. Sie fliegen deutlich flotter als die Holzdinger aus dem ersten Teil. 6 Bomben haben wir noch. Wir müssen mit roten Pedeln über mich ziehen, wenn wir nach oben gehen. Aber es ist blöd, dass das Gas wieder in die Mittelstellung geht. Ähm, kann ich das umschalten? Rap? Joke? Hier? Ja, ne, er soll ja nur nicht feststellen. Was ist das? Joke? Ah, das ist cool. Ja, ne, er soll ja nur nicht feststellen. Was ist das? Das ist die Admirale. Du siehst mich, Commander? Ich sehe dich. Du sitzt in eine neue Maschine. Bevor du dich auf den Krieg hast, familiarisierst dich mit den Kontrollen. Der Manual ist auf der Seite. Roger das. Ballon down! Was ist das? Es gibt einen Krieg gegen deine Position. Destroy sie alle. Mit Glück, Sir. Wir sind ja auch noch ein Rack-Innen. Ja, Rack, natürlich. Oder was? Ein Rack-Innen? Ganz ein Rack-Innen. Maschine ist nicht mehr zu spüren. Maschine, die hier gewähren sind auch nicht. Sie können nicht beantreten. Ich bin nicht immer gewehrt. Sie können nicht. Aber nicht. Schmerz... Schmerz... Huch! Ne, jetzt sind wir im Krieg, ne? Aber, Moment, das vereinfacht die ganze Sache. Mit der 20mm mach ich die Zippel-Line doch sofort weg. Ich muss den rausstellen. Stickgrip... Ja, muss ich den schreiben. Ich fahre einfach mit dem Stickgase. Aber der ist schon komfortabel, der... ...zurent, muss ich die Langebote untertitelieren. Entschuldigung. Jetzt, die Langebote, die Zippel-Line. Hier, was weiß ich nicht. Wir rufen noch einen Verzimmer. Wir rufen die Räumen. Wir rufen die Räumen. Wir rufen dich. Das ist der Admiral. Ich kenne mich, Commander. Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Target out of action! Target out of action! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Get off! Ich hab's! 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 Gucken wir uns mal an, wie die abstürzt. Wenigstens beide. Ja, aber abstürzt sich durch eine halbe Straße hier. Deswegen macht man das ja. Das ist der Admiral. Du lebst mich, Commander? Ich lebe dich. Du bist in einer neuen Maschine. Bevor du den Krieg hast, familiarise dich mit den Kontrollen. Der Manual ist auf der Seite. Roger das. Ich habe einen Kanon. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Wie geht's? Wie geht's? Wieser? Dürfen? Dürfen. Dürfen? Dürfen.. Dürfen... Wir sind hier. Fyker, Dan! Ja, das fliegt sich echt überzeugend. Was ist der Schuss? Was ist der Schuss? Ja, das ist super geil, ich weiß nicht wie viele Szenarien, Matches es gibt, aber das ist schon eine ganze Ecke relativischer als, wo ich da wenigstens 2 oder namischer als, boah, ist das geil, deutlich namischer als vor 1, vor 6, wo man immer froh bei, dass man nur 120 kriegt, dass man nie gerade noch einschwellen kann. Das ist ein sehr vieles Wettbewerb. Das ist eine Mauer, die ich nicht mehr so gut bin. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Dieses Juba qualitativ lässt. Was ist das Susebüßig? Das ist ein schweres Wettbewerb. Das ist eine Maschine. Die, die S distribute C-1. Das ist ein Schaden. Die Maschinegut, wir überheben sind zu fast. Vieles Smog-Jumpen aus, Mission Objektiv erreicht. Gut, Kommander, das war der letzte Enem. Flight Control will guide you to the landing on the aircraft carrier. I'm at your order, Sir. Flight Control to approaching plane, you're clear to land. Slow down on the approach. Extend flaps to slow down. Ach so, the steps. Pilot, you're coming too fast. Use your flaps to slow down. Ja, guck mal, wie weit wir weg sind. Der Tower. Wirklich schöne Kraft. Vor allem, hier ist sehr viel Wasser und das Wasser ist schön. Die Lichtreflexion darauf. Wirklich... ...schöne Kraft. Okay, Beauty, we're home. Ach, guck. Ein Schusslecker sieht man hier, wie cool. Ja, guck, 290 Mark haben wir gemacht. Dollar. Ein Flugzeugladen. Oh, 2.000 kostet ein Flugzeug. Da war viel Geld. B40, BX, F4. Mustang, 3.000, ja. Okay, Thunderbolt, Lightning gibt's auch. Mitsubishis. Schick, schick. Ah, ich hab 2.000... Ah, ich hab 2.000... Ähm... Ja, der nimmt mal so'n Warhawk, ne. Low speed. High durability. 6 Machine Guns. Ja. Also wenn ich die Wahl hab zwischen Pummelchen hier und... Ja. Purchase. Point and Eagle. So. Ich möchte gern ein... Das ist die Grundfarbe, ne? Achso. Und hier. Und... Hauptfarbe. fliege. flipers 51 Spuster. ja hier der vogel ist witzig ja sowas mag ich ja decals haelfisch fressen in verschiedenen varianten die habe ich als sofakissen ist gekauft sehr sehr geil streifen brauchen wir das sieht eigentlich ganz cool aus ach was ich kann jetzt rumlaufen ich muss mich mal gerade zurücklehnen wie cool man sich hier die nieten und alle straffierungen und die decals und kann hier einfach rumlaufen ich meine wenn das nicht mein geiles moped ist hier sind dann jeder bombe vorne die propeller dran die erkennen dann ob das ding sich bewegt und dann ist der antrieb gestartet wo sind die augen die augen sind bei den ausbruchern sieht das hammer aus das ist eine quiz ich habe jetzt keinen pc angeschlossen und das sieht aus wie ein flugzeug kann ich sogar jetzt über snap turn hinweg sehen der ist auch schick kann ich das nochmal sehen ist das cool hier kann ich doch rein in den flugzeugträger was kommt jetzt was kommt jetzt kenne ich schon vor sehr so weiter fliegen flugzeug draufgeklebt heifisch fresse man schwarz lackiert sehr sehr schön raus nehmen wir die warhawk was sieht das geil aus change loadout bomben einmal 900 Pfund oder vier mal 225 Pfund nehmen wir vier mal oder torpedos kann ich das sind Bomben Rockets keine Rockets schon lang gut auch nicht nicht gut aber ich bin nicht ich bin es ist Okay, los geht's. Was müssen wir hier? Hier Zeppeliner, Philippine, Marshall Islands, hier müssen wir, ja, gucken wir gleich mal, ob man hier in der Stadt. Okay, die verteidigen ihre Position mit Anti-Aircraft-Batterien. Okay, also Anti-Flugzeug, Stroll-Boombers, Fighters, Easy. Okay, was ist denn das Wort? Wie bitte? Ich will aber mein Flugzeug. Naja egal. Gut machen. Achso, wenn ich Farbeck einziehe, bin ich dann am Kriegshowplatz. Ready for solo mission? These are your objectives. You have to defend our flak around the town. You have to focus your fire on enemy bombers. Engage all enemy fighters. Keep your eyes open and watch your six. Good luck, I'm on. It gets overheated. And it's overheated... Ich mag nicht 조금. Das Feat der Kriste. Fyter, destroy! Fyter, dead! Die Maschinen-Gunst, overheating zu fast. Äh, so, was abgeliebt ist halt so schön, dass du da bist. gut es geht jetzt sind die meine wir bei dabei wird Was ist der Computer? Ich kann nur lösen. Ja, also... Bis jetzt habe ich, glaube ich, nichts zu meckern. Ich habe auch das mit dem automatisch wieder in die Nullstellung gehen von einem Gas-Hable anzusehen. Standgas quasi. Mit der Stellung. Es ist flüssig. Es ist wunderschön. Es spielt sich super. Es ist auf jeden Fall blödiger nach Ich habe nicht vergessen. BB-1-Warplanes und das war schon great. Das hier ist der Hammer. Was ist der Hammer? Ich bin überheizend. Die Plane ist runter. Wir haben Bombers kommen in. Die Maschine ist bereit. Ja. Was ist der Hammer? Ich nutze jetzt die Maschine zum Zielen oder? Ja, das ist genau so. Dann hat er am 500 Mark angest. Ich nutze jetzt die Maschine zum Zielen oder? Ich habe den Spiel-Sound gehalten. Ich habe den Sprechblasen geschluckt. Ich hab den Spiel энергielementen. Ich habe den Sprechblasen geschlossen. Ich habe den Sprechblasen geschlossen. Ich habe den Sprechblasen geschlossen. Schick, schick, schick. Ich schließe wieder durch den Gestalt. Die Waffe in diesem Angriff kaputt. Ich bin der Genie. Das ist eine Genie. Oh, schau. Lose some speed. Extend your flaps. Flaps down. Oh, ich hab Zeitpunkt damit. So, mit den First Impressions, deswegen höre ich jetzt auf. Ich weiß genau, ich werde hier gleich nochmal reingehen, wenn ich auf Toilette war. Ich will das Flugzeug. Ich weiß nicht, dass ich auf die Seite des Flugzeugen werde. Ich mache das Flugzeug. Ja, ich habe das Flugzeug. Ich habe das Flugzeug. Ich habe das Flugzeug. Ich habe das Flugzeug. Warum? Warum? Ready for mission. Okay, stay in base. Und er hier jetzt. Ready for mission. Dann gehen wir hier nochmal rein. Und dann... Da ist der erste Eindruck auch schon vorbei. Ne, nicht schon wieder Ballons. Destroy Cutters. Destroy Boats. Okay, jetzt kann ich ein zweites Flug. Das kann ich mitnehmen. Achso. Support Plane. Genau. Das ist dann mein Support Plane. Ne, warte mal. Jetzt ist stay in base. Ready for mission. Und jetzt... Das ist jetzt Commander Plane. Okay. So. Funds haben wir auch noch. Rain Upgrades. Machen wir jetzt mal einen Maschinengang. Einen höher. Machen wir jetzt mal einen Maschinengang. Machen wir jetzt mal einen höher. Machen wir noch einen höher hier. Zack. Barrel Coating System. Cooling System. Gut. Nehmen wir noch. Climbing einen Punkt. Und Speed Boost. So. Haben wir noch 170. Also haben wir noch Crew. Upgrade. Und jetzt. So. Warte. Was ist denn das 200? Turning. So. Jetzt haben wir Geld ausgegeben. Nein. Sorry. Wir brauchen ja keine Balance. Genau. Meine Schiffe kaputt. Mit dem neuen. Geben wir den Steck Gas. Und den Verschläckern. Okay. Ich bin auf. Overheat den Entschlade. Das ist Flight Control. Retrakt der Geer Pilot. Geh auf. Commander, Intelligent designated these targets for this mission. Destroy enemy cutters. Destroy enemy boots. You're the best we've got. We know you can handle it. Godspeed. Acknowledged. We have to shoot shorter bursts. Over here, the machine comes. Bomb away! Bomb away! Ah! Get off me! Die Bomben liegt hier ein bisschen, um zu verbrechen. Die Schläge nehmen sich die Bote. Ich habe den Schwerpunkt überprüft. Ich habe den Schwerpunkt überprüft. Es geht auch schon, wie besser am Ende. Kann ich mal noch zurück, das geht schon aus. Guck mal, gucken. Ist ja nur da. Ne, gerade da. Ich denke, dass ich noch was kann. Ah! Was ist denn da? So, auch noch. Ja, guck mal, das ist mein Pfeifen. Die Papers. Zeig. Liegen wir mal Huddle. Schneiden. Ja. Okay, let's use machine gun. Zeitlimitär. Okay, let's go. Okay, let's go. More ammo in the cannon. That's a confirmed kill on enemy fighter. Enemy fighter's approaching. Watch your six. Rocket away! Rocket, watch. Right, I'm gonna kill the cannon. Rocket away! Cutter destroyed! Mission objective achieved! Need to cool down the engine. Was ist denn da? Steht da was von Rockets? Das sind ja nur Bombs. Achso, das ist alles kaputt. Das ist die Maschine. Was macht mein Kollege hier eigentlich? Ich muss hier alle verabschieden. Das geht aber nicht. Was macht mein Schiff? Was ist das? Objektions Was ist hier noch? Objektions Überheben die Entschuldigung Nein Ich habe ihn! Ich habe ein Bild auf die Auferstehenswerte Er kommt weg von einem neuen Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Röcke zu RP? Schlecht? Was muss das hier? Wenn wir einen Blick auf den Weg kochen können, ist es nicht möglich. Da ist auf jeden Fall ein Stück weit weg. Es wird wirklich immer gewonnen. Das ist ein bisschen zufrieden. Kommandere, aufhören. Wir haben Sie in sight, Kommandere. Ihr ist klar zu landen. Kommandere, Ihr gear ist auf. Ja. Geert auf, in locken. Slow down, auf die Aproch. Extend flaps, auf zu slowen. Slow down, auf die Aproch. Extend flaps, auf zu slowen. Flaps, down. Sehr, sehr gut. Kommt gut rüber. Ups. Ups. Ich bin wieder. Wärts noch upgrade, Level 3. Ups. Ne. 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 Wann konnte ich da noch mehr? Gut. Gut dann, reicht das für ein First Impression? Kauft euch das. Bei 14,99brauch numa echt nicht überlegen, wenn man irgendwas mit Flugzeugen am Hut hat. Das. Ich weiß nicht ob es erste war. Doch, das erste Ball, glaube ich. Zumindest auf der Quest 2. So, haut rein. Tschüss. So, haut rein. ... ...